ähm da machen wir noch schnell USA und dann war es das für diese Partie yes also Das geht doch mal flott hier. 1.18 geht es zu unterbieten. Auch verloren. Dann wollen wir mal sehen. Leider nichts mehr da. Jetzt ist es wieder langsam. Jetzt muss ich das, was ich eben gut gemacht habe, durch Fahrkönnen wiederholen. Das, was ich eben durch Geschwindigkeit gemacht habe, jetzt durch fahriges Talent. Ich sag schon mal tschüss Leute. Oh, ich bin sogar noch schneller als eben. Tschüss Leute. Wir machen gleich im nächsten Part das nächste Rennen. Welches ist denn das? Kanada. Bis dahin. Tschüss.